Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Fantastica, dem Podcast, in dem ich euch Science-Fiction-Literatur aus dem ehemaligen Ostblock präsentiere. Ich bin Mio Mespotin an der Sprechkarnitur und grüße euch aus dem Weiten des Kosmos und das Buch, das ich euch heute mitgebracht habe, ist das Buch, mit dem ich mehr oder weniger eingestiegen bin in die DDR Sci-Fi, Planet der Sirenen von Rainer Fuhrmann aus dem Jahr 1981. Im Jahre 2067 startet von der Erde ein Raumschiff namens Argo in den jubiternahen Raum und soll dort eine in etwa dreijährige Mission durchführen. Und das klappt auch alles ganz gut, bis es eines Tages zu einer Katastrophe kommt. Und im Rahmen dieser Katastrophe wird das Raumschiff abgetrieben, einfach zack in den Weltraum hinaus und sie können auch nicht auf Hilfe hoffen von der Erde. Und somit treiben sie immer weiter, 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 weiter. 36 Jahre später kommt das Raumschiff langsam im nächsten Sternensystem, Barnards Stern, an. Und da das Ganze schon ein bisschen her ist, seitdem sie gestartet sind, sind ein paar der Crew auch schon gestorben. Genau betrachtet alle, bis auf drei. Konkret sind noch übrig die Jüngsten der Mission, Mercer, Anderson und Lindner. Und die waren, als sie gestartet sind, noch so knapp so um die 30 oder knapp davor. Und jetzt sind sie zwischen 59 und 62 in dem Alter. Alle anderen sind halt gestorben im Alter. Und somit sind die drei halt noch übrig und fristen einfach irgendwie ihr Leben noch weiter und versuchen auf irgendeine Art und Weise zu überleben. Und, ähm, naja, die meiste Sci-Fi versucht ja, Weltraum immer so spektakulär darzustellen. Was die meisten Leute aber nicht so wirklich ernsthaft wissen ist, der Weltraum so beeindruckend wissenschaftlich er auch ist, so langweilig ist er auch. Denn zwischen den einzelnen Sternensystemen gibt es nichts. Also ein bisschen was hier und da, aber nicht so wirklich ernsthaft was Spektakuläres. Also nichts Interessantes oder so. Und dementsprechend versuchen sie halt weiter ihr alltägliches Leben durchzuführen, aber es macht halt keinen Sinn mehr. Inzwischen ist auch ein Großteil der Technik von dem Raumschiff so weit runtergefahren, dass die Energieversorgung möglichst lang noch aufrechterhalten werden kann. Aber das wird wohl nur noch so die nächsten 17 Monate möglich sein. Dann bricht auch alles Restliche noch zusammen und, ja, da müssen sie halt jämmerlich ersticken. So weit, so gut. Dann kommen sie ins Sternensystem Barnards Fallstern, finden dann, nachdem sie zig Möglichkeiten überlegt hatten, wie sie irgendwie das Raumschiff verlassen können oder irgendwie noch auf irgendeine Art und Weise überleben können, finden sie in diesem Sternensystem drei Planeten vor. Zwei davon sind komplett nicht bewohnbar, aber einer hat durchaus vernünftige Temperaturen, auch flüssiges Wasser und eine brauchbare Atmosphäre, wenn die auch nicht atembar ist. Und sie beschließen nach ein bisschen Hickhack und pseudowissenschaftlichen Diskussionen, weil eigentlich ist klar, dass sie das beschließen müssen. Sie beschließen also, die restlichen Energiereserven des Raumschiffs dazu zu nutzen, die Raumferien, die noch zum Glück intakt sind, zu nutzen, um irgendwie auf dem Planeten zu landen, den sie dort finden. Das Problem ist halt so, dass dieser Planet so ein bisschen, naja, höhere Schwerkraft hat. Also wenn sie dort landen, haben sie kein bisschen Treibstoff mehr oder nicht mehr genug Treibstoff, um von diesem Planeten wieder wegzukommen. Das heißt so, sie haben die Chance. Entweder bleiben sie auf dem Raumschiff und ersticken in 17 Monaten, oder aber sie stranden auf dem Planeten. Letztendlich kommen sie überein, dass sie denken so, also wenn wir jetzt schon sterben müssen, hier so weit draußen, ohne auch eine im entferntesten Hoffnung auf Hilfe von der Erde zu bekommen, dann doch wenigstens mit festem Boden unter den Füßen. Und somit starten sie in Tatsache dann zum Planeten, mit den restlichen Reserven, um so vielleicht noch die nächsten knapp 20 Jahre auf dem Planeten überleben zu können, was so, naja, noch realistisch ist. Schließlich sind sie ja, wie gesagt, nicht mehr die Jüngsten. Auf jeden Fall landen sie auf dem Planeten, haben erstmal mächtig Probleme mit der Schwerkraft, also der erste Versuch aus den Raumsesseln aufzustehen nach der Landung, endet erstmal damit, dass Lindner seine Gurte löst, sich gerade so gegen die Schwerkraft aufrichten kann, um dann mit voller Wucht von dieser Schwerkraft gen Boden gerissen zu werden und von dieser Wucht erstmal bewusstlos auf dem Boden liegen bleibt. Das geht den anderen auch nicht anders. Und nach ein paar Stunden wachen die alle dann wieder auf, ist total benommen, können sich kaum bewegen, weil alles so schwer ist und so schwierig dazu auf, alles in Gang zu bringen. Und das Problem haben sie dann in den ersten Wochen, in denen sie versuchen, alles einzurichten, auch noch extrem. Allerdings mit der Zeit werden sich die Körper natürlich dran gewöhnen, an diese Schwerkraft. Das führt dann dazu, dass so nach einem halben Jahr, das Bild ist total großartig, so 60-jährige, ja quasi Olympioniken über den Planeten wandeln, weil sie wirklich so gestellte Muskeln haben, die sich dann gegen diese Schwerkraft durchsetzen können. Das ist ein ziemlich witziges Bild, finde ich. Sie beschließen, dass es wahrscheinlich ein bisschen dämlich ist, einfach nur dahin zu vegetieren auf dem Planeten und denken so, wenn wir schon mal hier sind, wir haben die Qualifikation, wir haben die Technik. Wahrscheinlich macht es keinen Sinn, aber warum erforschen wir nicht einfach den Planeten, einfach nur um irgendetwas Sinnvolles zu tun, damit wir nicht total durchdrehen. Und das beginnen sie dann auch. Und dann eben Ausflüge außerhalb der Raumkapsel, was sie nur mit Skaffandern, also mit komplett Anzügen machen können, da die Atmosphäre aufgrund des zu hohen CO2-Gehalts nicht wirklich atembar ist. Aber das hält sie nicht auf. Hauptsache, sie kommen mal raus und erfahren so ein bisschen was über die Vegetation und die Landschaft, die dort passiert. Sie finden dann auch lauter Tiere, die dort leben, kleine Tiere und auch schon höher entwickelte Tiere. Und hoffen natürlich, dass vielleicht irgendwo noch ein bisschen intelligentes Leben dort existieren könnte. Es wäre ziemlich cool, wenn man bei der Gelegenheit auch noch intelligente Außerirdische entdecken könnte. Eines Tages dann empfangen sie ein Funksignal. Ein total starkes Funksignal. Und sie denken sich so, woher kommt das? Und versuchen das auch zu ermitteln, aber haben keine Chance, das rauszufinden. Und als dann auch noch ein extrem starkes Gewitter, das aufgrund der dichten Atmosphäre noch viel stärker ist, losbricht, müssen sie natürlich die Forschung nach dem Funksignal einstellen. Was schade ist, denn eine Woche nachdem das passiert ist und als das Gewitter endlich abgeklungen ist, ist davon natürlich nichts mehr zu finden und zu horchen. Ein wenig später stoßen sie auf verschiedene seltsame Tiere und dann dann auch auf zwei ziemliche Ungeheuer, die sie verfolgen. Aber die Ungeheuer interessieren sich gar nicht für die Menschen und sind auch viel zu schnell. Und sie versuchen halt, diese Ungeheuer zu verfolgen, aber haben keine Chance und wundern sich so, dass alles ziemlich sauber und ordentlich und aufgeräumt aussieht. Müsste man eigentlich gar nicht meinen, gerade so, wenn das alles noch unbewohnt und unzivilisiert ist, dann dürfte doch eigentlich da nichts ordentlich sein und aufgeräumt und alles. Und Stück für Stück finden sie heraus, warum dem so ist. Und Stück für Stück finden sie auch heraus, dass es mit diesen Tieren, die sie Sirenen nennen, weitaus mehr auf sich hat, als sie glauben. Und dass auch die Fragen und die entsprechenden Antworten darauf nicht so leicht sind, wie sie sich das zuerst dachten. Ach so, nach 36 Jahren muss ich natürlich nicht mehr sonderlich erwähnen, dass sich die drei natürlich noch immer bestens verstehen. Rainer Fuhrmann war einer der ganz großen und herausragendsten Science-Fiction-Autoren in der DDR und er hat auch ein ziemlich vielseitiges Werk hinterlassen. Und er wurde geboren 1940 schon und hat erstmal so eine Lehre als Dreher gemacht und hat dann als Mechaniker eine Weile gearbeitet und dann noch versucht zum Maschinenbau zu studieren, was er jedoch aufgegeben hat, um mehr Zeit zum Schreiben zu haben. Und im Folge dessen hat er dann die ersten Bücher veröffentlicht, im Jahre 1977, unter anderem Homo Sapiens 10 hoch minus 2. Das werde ich später nochmal rezensieren. Und er hatte auf jeden Fall in seiner Laufbahn auch sehr viel im Gesundheitswesen als Orthopädie-Techniker zu tun. Und das ist natürlich auch sehr stark zu spüren, seine sehr starke Affinität für Technik und seine Erfahrungen im Bereich Gesundheitswesen ziehen sich halt sehr stark durch sein Werk, welches Raumfahrt beinhaltet, allerdings auch genetische Sachen, also Genmanipulationsexperiment-Stories. Er ist dann 1980 freischaffender Schriftsteller geworden und hat dann noch einige, also gerade in diesem Jahrzehnt sehr viele Kurzgeschichtenerzählungen und auch Romane veröffentlicht, ist dann leider 1990 dann verstorben. Was ein wenig schade ist, weil er auch für mich als einer der besten Autoren in dem Bereich gilt. Possum ist dann noch ein weiteres Buch von ihm erschienen namens Kairos im Heine Verlag 1996. Das habe ich noch nicht gelesen, bin mal gespannt, wie das ist und vor allen Dingen auch, wann er das geschrieben hat. Denn wenn das Possum erst sechs Jahre nach seinem Tod rauskam, ist es mal interessant zu sehen, wie die Entstehungsgeschichte dann zu diesem Buch ist. Ich habe ja schon erzählt, dass ich mit Planeten der Sirenen von Rainer Vohmann angefangen habe, mich in die DDR Sci-Fi reinzubegeben. Also das ist der erste Roman aus der Reihe, den ich gesehen habe und auch gelesen. Und es ist einfach, also ich bin froh, dass ich mit dem Buch angefangen habe, weil das ist ein großartiger Einstieg in die Science Fiction. Denn auf der einen Seite hat es natürlich die wirklich klassischen Themen, Raumfahrt, Besiedlung eines Planeten, irgendwelche außerirdischen Pflanzen und Tiere und Forschung und lauter viele andere Sachen. Gleichzeitig beinhaltet es ja aber auch sehr viele interessante Aspekte und sehr viele interessante Wendungen. Allein schon die Idee, dass knapp um die 60-Jährige noch einmal quasi ein Frühling erleben in ihren späten Jahren, in dem sie als erste Menschen überhaupt die Chance haben, einen fremden Planeten nicht nur zu betreten, sondern auch zu erforschen und dort zu leben. Und dass sie auch gleichzeitig wirklich lernen, damit umzugehen, ganz woanders zu sein und versuchen aus ihrer Trostlustigkeit etwas Sinnvolles zu tun. Und das ist einfach hervorragend, denn es ist nicht einfach klar fest definiert so, die Charaktere sind perfekt und wissen, was sie tun, sondern letztendlich machen sie das einfach nur, weil sie nichts Besseres zu tun haben. Und das wurde in dem Buch sehr, sehr, sehr großartig präsentiert in dieser Kombination. Und nicht nur das, hinzu kommt, dass die Bandbreite des Inhalts sehr groß ist. Auf der einen Seite haben wir wirklich diese deprimierende Situation. Die gesamte Crew des Raumschiffes ist tot, einfach an verschiedenen Todesursachen inzwischen verstorben, während auf der anderen Seite wir aber auch diese humoristischen Aspekte haben, wie die Charaktere versuchen müssen, miteinander klarzukommen. Weil es gibt keine anderen Menschen, mit denen sie noch irgendwie verkehren können. Sie gibt es einfach nicht. Das heißt, entweder müssen sie alleine durchkommen, was sie auf gar keinen Fall auf sich nehmen wollen, oder aber sie müssen irgendwie versuchen, miteinander klarzukommen. Und einfach so die langen Jahre des Miteinander quasi eingesperrt, aufeinanderhockend zu sein, zeigt natürlich auch sehr stark viele typische Verhaltensweisen, die sich dann daraus ergeben. Fast schon, wie man es so von alten Ehepaaren kennt. Woraus sich natürlich dann immer wieder so interessante, knifflige und auch witzige, komische Konfliktsituationen ergeben. Finde ich sehr bemerkenswert, ein Buch. Darüber hinaus ist es wirklich faszinierend, wie großartig auf wissenschaftlicher Ebene das Buch durchdacht ist. Also das erste Mal, als ich das gelesen hatte, hatte ich mich mit dem aktuellen Zustand von Raumfahrt und Wissenschaft noch nicht so wirklich ernsthaft auseinandergesetzt. Aber jetzt inzwischen durch sehr viele Sachen, die ich da gelernt habe, durch halt Blogs wie Astrodiktikum Simplex von Florian Freistetter oder aber auch den Raumzeit-Podcast von Tim Pridloff. Jetzt, wo ich mich da so ein bisschen besser auskenne, kann ich durchaus so einiges besser beurteilen, wie viel das in dem Buch wirklich Hand und Fuß hat. Ich meine, okay, inzwischen hat sich herausgestellt, dass in Barnands Fallstern, was ja bei uns direkt quasi um die Ecke ist, also nur so knapp vier Komma noch was Lichtjahre entfernt, dass die Wahrscheinlichkeit gering ist, dass er jetzt so 13 Planeten noch rumwurscht und erst recht bewohnbar in den entsprechenden Entfernungen von der Sonne aus. Nichtsdestotrotz ist vieles anderes so großartig beschrieben, erst recht, wo ich in Vorbereitungen zum Podcast noch mal ein bisschen durch das Buch geschmökert habe. Es ist echt bemerkenswert, wie fundiert das Ganze ist. Das heißt so, es wird auf interessante und unterhaltsame Art und Weise mit einer emotionalen Bandbreite wirklich komplexe Wissenschaft beschrieben. Doch dazu in einer Zeit, in der man nicht mal so die ganzen Informationen in der Wikipedia-Maschine nachschlagen konnte, sondern halt ausschließlich auf Bibliotheken angewiesen war, um das Wissen entsprechend zusammenzukriegen. Zu sehen halt, wie großartig fundiert das Buch halt ist und wie auch großartig es geschrieben ist in einer wirklich leicht zugänglichen Sprache, das macht das Buch so unglaublich großartig, gerade für Einsteiger. Also wer bisher mit Science Fiction noch nicht in Berührung gekommen ist oder auch gerade so aus der DDR oder aus dem Ostblock, dem würde ich das Buch wunderbar ans Herz legen als Einsteigerbuch. Es ist wie gesagt von manchen Themen her klassisch, aber gerade die Prämisse mit den alternden Raumfahrern, die stranden auf einem fremden Planeten, macht das wirklich so unterhaltsam und so sympathisch, dass man echt denkt so, ach, da habe ich jetzt aber wirklich was Tolles gelesen. Und vor allen Dingen ist es auch wirklich spannend zu sehen, wie sie Stück für Stück rausfinden müssen, wie die Lebewesen auf diesem Planeten ticken, die komplett anders ticken als auf unserer Erde. Und dementsprechend muss man halt komplett neu anfangen, was natürlich auch nicht mehr so leicht ist, wenn man so um die 60 ist, halt nochmal wirklich offenen Geistes zu sein. Erst recht, wenn man wirklich 36 Jahre wirklich nur jeden Tag immer nur das Gleiche gemacht hat, nochmal wirklich die Horizonte zu eröffnen und zu erweitern. Und das ist wirklich sehr großartig in dem Buch beschrieben. Planet der Sirenen von Rainer Fuhrmann gab es in zwei verschiedenen Ausgaben, verlag das neue Berlin, einmal als Hardcover 1981 und 1984 nochmal als Softcover in der Reihe SF Utopia. ist leider nur noch antiquariatisch zu erhalten, aber auch auf Amazon und auf Booklooker zu finden. Lohnt sich auf jeden Fall und ist eine großartige Empfehlung für alle, die Science Fiction lieben und bekommt von mir fünf von fünf möglichen Sputniks. Das war's mit der heutigen Episode von Fantastica. Weitere Informationen wie auch Bezugsmöglichkeiten zu den Büchern, die ich hier bespreche, findet ihr auf der Webseite zur Sendung fantastica.mespotine.de. Dort findet ihr natürlich auch das Cover des Buches und eventuell noch eine ISBN, soweit eine existiert. Und ihr könnt dort auch das ganze Podcast technisch abonnieren, wenn ihr das nicht schon über iTunes getan habt. Dort findet ihr auch Möglichkeiten, wie ihr die Sendung unterstützen könnt, sei es durch Flatter, durch Erfüllen von Wünschen auf meiner Amazon-Wunschliste oder aber auch über Kommentare, worüber ich mich extrem freuen würde, gerade in Bezug auf Leseempfehlungen, was ich unbedingt noch in der Sendung vorstellen muss. Ja, ihr könnt uns natürlich auch auf Facebook folgen, facebook.com slash fantastica-podcast und natürlich auch unter Twitter, twitter.com slash mespotine und wunderbar darüber in Kontakt treten. Das war's dann. Bis zur nächsten Episode von Fantastica. Aus dem Weiten des Kosmos grüßt euch Meo Mespotin an der Sprechgranitur. Bis denn. Bis zum nächsten Mal.